Moin liebe VfB, es ist endlich wieder so weit. Am Mittwoch um 19.30 Uhr geht es gegen St. Pauli in die neue Regionale Saison. Die Vorbereitung, wie ich finde, war sehr gelungen. Wir hatten viele gute Tests und haben die ersten drei Pokalflichtspiele gut beschritten. Und das wollen wir jetzt den Elan mit in die Liga nehmen und hoffen natürlich da auf eure Unterstützung. Also es scheint zahlreich auf der Lohnmühle und dann können wir gemeinsam hoffentlich den ersten Sieg gegen St. Pauli feiern. Vielen Dank.